Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich zwei bzw. auch mehrere Bewegungsmelder mit einem Schalter für dauerlich fachgerecht an so einer Lampe hier oben anschließen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Da wir hier jetzt gleich an einer elektrischen Anlage arbeiten werden, müssen wir unbedingt einmal die 5 Sicherheitsregeln einhalten, wofür aber spezielle Videos an dieser Stelle auf jeden Fall sinnvoller sind. Und wenn das Ganze dann vom Strom jetzt genommen und somit auch spannungsfrei ist, dann schauen wir uns mal noch einen vereinfachten Schalter an, wie das Ganze jetzt eigentlich richtig funktioniert. In meinem Fall kommt mit einer 3-artigen Zuleitung, nimm 3x1,5mm² zu unserer ersten Verteilerdose, dann geht das Ganze mit einer 5-artigen Leitung weiter zu unserer zweiten Verteilerdose und zum Schluss ebenfalls mit einer 5-artigen Leitung weiter zur dritten Verteilerdose. Von dort aus habe ich dann hier oben noch eine 3-artige Leitung direkt zu meinen Lampen gelegt und von den Verteilerdosen aus geht es jeweils zu den Lichtschalter und vor allem auch zu den Bewegungsmeldern mit einer 5-artigen Leitung runter. Der blaue Neutralleiter wird überall außer bei dem Lichtschalter benötigt, deswegen wir erstmal auf den ersten Bewegungsmelder hier das Ganze bei der N-Klemme bzw. bei der blauen Klemme anschließen, dann geht es weiter zu unserem zweiten Bewegungsmelder, hier dasselbe Spiel und anschließend noch direkt zu unserer Lampe hier hoch. Der grün-gelbe Schutzleiter, den brauchen wir in meinem Fall jetzt wirklich nur bei der Lampe, deswegen ziehe ich ihn auch mal hier komplett durch, schließe das bei der Lampe hier oben jetzt an und wenn du natürlich jetzt aber keinen Bewegungsmelder aus Plastik wie in meinem Fall hast, also ein Kunststoffgehäuse, sondern zum Beispiel ein Metallgehäuse, dann hast du hier relativ sicher auch noch eine Klemme, wo der grün-gelbe Schutzleiter angeklemmt werden muss. Mit dem weiß-braunen Außenleiter müssen wir erstmal alle unsere Eingangsklemmen von dem Bewegungsmelder und vor allem auch vom Lichtschalter zusammenführen, deswegen das Ganze mal bei der Eingangsklemme hier, welche mit einem L gekennzeichnet ist bzw. mit der braunen Farbe anschließen. Natürlich machen wir das jetzt bei dem zweiten Bewegungsmelder und bei unserem Lichtschalter hier hinten genauso und danach erhalten wir nämlich eine Ausgangsklemme, welche meistens mit so einem Pfeil gekennzeichnet ist oder mit einer schwarzen Leiterfarbe bzw. auch einer roten oder pinken. Von hier aus geht es dann nämlich ebenfalls wieder zusammengeführt weiter, wir haben auch hier unsere Ausgangsklemme, welche darauf geklemmt wird und auch beim Lichtschalter ganz am Schluss wird das Ganze noch verdrahtet und zum Schluss können wir dann nämlich auch den braunen Außenleiter direkt zu unserer Lampe hochfahren. Was auch noch wichtig zu sagen ist, dass wir den Lichtschalter jetzt natürlich nicht an hinterster Stelle haben müssen, sondern wir könnten ihn auch hier vorne zum Beispiel anbringen und es müssen nicht unbedingt zwei Bewegungsmelder sein, sondern wir können hier eigentlich wirklich unendlich viele Bewegungsmelder mit derselben Art und Weise anklemmen. In der Praxis habe ich meine zwei Bewegungsmelder und vor allem auch meine Lampe schon mal fachgerecht angeschlossen, hierfür gibt es übrigens auch schon spezielle Videos auf meinem Kanal und jetzt kommen wir mit unserer dreiartigen Zuleitung zur ersten Verteilerdose. Diese fünfartige Leitung geht runter zu meinem Bewegungsmelder, diese fünfartige hier verbindet meine zweite Verteilerdose hier miteinander, die Leitung geht ebenfalls wieder zum Bewegungsmelder runter und dann haben wir noch die fünfartige Leitung, welche zu meiner letzten Verteilerdose geht, wo danach der Lichtschalter eingebaut wird und zum Schluss ganz rechts drüben noch unsere dreiartige Leitung, welche hier oben mit der Lampe verbunden ist. Im ersten Schritt geht es darum, meine Leitung um circa 10 cm abzumanteln und wichtig ist, dass danach noch circa 1 cm hier hinten von dem Mantel in die entsprechende Verteilerdose übersteht, dass ich natürlich auch noch meine Zugentlastung auf jeden Fall habe. Wenn auch das passt, habe ich meine zwei Bewegungsmelder mal entsprechend zugemacht und jetzt muss ich meine grüngeilben Schutzleiter in jeder Verteilerdose jeweils ordentlich mit genug Reserve nebeneinander legen und danach mit einem Seitenschneider auf dieselbe Länge abkürzen. Danach meine Schutzleiter alle auf genau 11 mm abisolieren, so wie es anschließend für meine Klemmen auch richtig ist und zum Schluss diese mit der richtigen Klemme miteinander verbinden. Die grüngeilben Schutzleiter sind somit auch schon fachgerecht miteinander verdrahtet und jetzt müssen wir dasselbe Spiel mal mit unseren blauen Neutralleitern hier machen. Auch die blauen Neutralleitern sind somit fertig und jetzt muss ich laut Schaltplan mal noch in der ersten Verteilerdose und in der zweiten Verteilerdose alle meinen braunen Außenleiter miteinander verbinden. Hier in der dritten Verteilerdose, da wird der braune Außenleiter dann natürlich auf unseren Lichtschalter angeklemmt, deswegen ich jetzt auch mal bei den ersten zwei Dosen hier das Ganze wieder dementsprechend einkürze. Die braunen Außenleiter passen soweit auch und jetzt muss ich mal noch meine schwarzen Außenleiter in der ersten und zweiten Verteilerdose nebeneinander legen und hier hinten in der letzten Verteilerdose den schwarzen Außenleiter von hier kommend und meinen braunen Außenleiter, welcher direkt zur Lampe hochgeht. Bei der letzten Verteilerdose haben wir noch eine kleine Besonderheit und zwar muss ich jetzt nicht nur meinen schwarzen und braunen Außenleiter hier miteinander verbinden, sondern benötige auch noch so einen freien Außenleiter hier bei mir in der Farbe schwarzen, ca. 10 cm lang und diesen kann ich jetzt nämlich mit den zwei anderen hier noch fachgerecht miteinander verbinden. Die Bewegungsmelder sind somit fachgerecht verdrahtet und jetzt muss ich meine freien grauen Außenleiter und auch noch diese zwei Außenleiter hier hinten dementsprechend noch einmal abisolieren. Da ich die grauen Leiter nämlich nicht benötige, kann ich diese auch mal wieder mit genug Reserve hier nach hinten umbiegen und sicherheitshalber gebe ich jetzt nämlich mal noch so eine einzelne bzw. Doppelklemme hier drauf. Natürlich sollte man für so ein Vorhaben jetzt auch dementsprechend große Verteilerdosen verwenden und nicht so wie ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Hohlwanddosen. Ich mache das Ganze einfach mal nur, um es zu veranschaulichen. Und jetzt geht es auf der rechten Seite mal noch dementsprechend mit unserem Lichtschalter weiter und auch hier würde ich auf jeden Fall empfehlen, eine Verteilerdose zu setzen und hier unten drunter dann einen extraen Lichtschalter. Bei einem Wechselschalter muss auf der Rückseite der braune Außenleiter bei L angeklemmt werden und am besten dann hier so quer gegenüberliegend unten rechts mein schwarzer Außenleiter. Auch meine zwei Befestigungsgraden, welche ich mit den Schrauben hier auf der linken und auf der rechten Seite abdrehen konnte, sind schon weg, da diese im schlimmsten Fall bei meiner Hohlwanddose nämlich hier hinten einen Leiter beschädigen könnten. Und wenn das soweit passt, dann gebe ich einmal meinen Einsatz dementsprechend bei den Befestigungsschrauben hinein. Dann kann ich das Ganze mit einer Wasserwaage bzw. auch mit so vorgefertigten Linien sauber ausrichten und natürlich die Schrauben dementsprechend auch festziehen. Nun noch den Rahmen aufbringen, meine Wippe auch natürlich richtig herum aufsetzen, dass sie überall einklipst und dann kann ich auch die Blende hier vorne schon aufbringen und somit ist der Lichtschalt jetzt auch schon richtig installiert. Zum Schluss habe ich mal wieder Spannung auf das System gegeben, natürlich müssten diese Verteilerdosen jetzt auch noch dementsprechend abgedeckt werden, aber ich habe es jetzt mal so zum Veranschaulichen gelassen und mein zweiter Bewegungsmelder ist auf jeden Fall abgedeckt, deswegen wir den ersten einmal testen können. Das schaut auf jeden Fall gut aus. Danach habe ich mal den ersten Bewegungsmelder abgedunkelt und wir testen mal den zweiten hier, der funktioniert auch auf jeden Fall super, so wie es sein sollte. Und am Ende habe ich mal noch beide Bewegungsmelder abgedunkelt und wir testen mal den Lichtschalter und auch dieser funktioniert einwandfrei und somit haben wir jetzt auch schon zwei bzw. mehrere Bewegungsmelder mit so einem Lichtschalter richtig an einer Lampe angeschlossen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens einen Bewegungsmelder, einen Lichtschalter oder auch eins der verwendeten Werkzeuge aus dem Video zulegen möchtest, dann einfach mal unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.